Zahnkronen sind eine dentale Behandlungsoption, die viele Vorteile bieten. Sie werden haufig verwendet, um beschadigte oder schwache Z-Ani zu reparieren und zu stärken. In diesem Video werden wir die verschiedenen Vorteile von Zahnkronen genauer betrachten. 1. Aesthetik Einer der offensichtlichsten Vorteile von Zahnkronen ist ihre asthetische Verbesserung. Kronen kann ihn verwendet werden, um Werfer-RBTE, unebene oder unansinnliche Z-Ani abzudecken und das Erscheinungsbild eines Latschellens deutlich zu verbessern. Sie kann ihn sogar dazu beitragen, das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefahr ein Viertel-HL des Patienten zu steigern. 2. Stabilitate und Stairke Zahnkronen bieten eine zusätzliche Stabilitate und Stairke-FA ein Viertel-R beschadigte Z-Ani. Sie dienen als Schutzschicht, die den Natter einviertel-Richen-Zahn vor weiteren Schaden durchkauen, Bayerien und anderen Belastungen Scha ein Viertel-TZT. Dadurch kann ihn Z-Ani, die durch Caris, Bra ein Viertel-G oder andere Probleme Geschwaz-HT sind, erfolgreich wieder aufgebaut werden. 3. Funktionelle Verbesserungen Durch die Verwendung von Zahnkronen kann ihn funktionelle Probleme wie schmerzhafte Kauen oder empfindliche Z-Ani behoben werden. Kronen verbessern die Funktionalität des Gebisses, indem sie die Z-Ani wieder in ihre Natter einviertel-Riche Form und Funktion bringen. 4. Langlebigkeit Zahnkronen sind eine langfristige Lassung F-A ein Viertel-R-Zahnprobleme. Sie sind sehr langlebig und kann ihn viele Jahre lang halten, wenn sie Ordnungsgema-Ei gepflegt werden. Dies bedeutet, dass Patienten nicht starrendig Reparaturen oder Ersatz F-A ein Viertel-R ihre Kronen benertigen, was Zeit und Geld spart. 5. Vielseitigkeit Zahnkronen sind aber erst vielseitig und kann ihn F-A ein Viertel-R verschiedene Zwecke und Bedingungen eingesetzt werden. Sie kann ihn verwendet werden, um beschadigte Z-Ani zu reparieren, abgebrochene Z-Ani zu restaurieren, Z-Ani zu verbergen, die Starkwerfer-RBT sind, oder sogar um die Z-Ani zu verkleinern oder zu Wergra-Eiern. 6. Wenig Invasivita T Im Vergleich zu anderen zahnarztlichen Verfahren sind Zahnkronen relativ wenig invasiv. Der Prozess der Platzierung einer Krone erfordert normalerweise nur zwei Besuche beim Zahnarzt und verursacht minimalen Schmerz oder Beschwerden F-A ein Viertel-R den Patienten. Dies macht sie zu einer beliebten Option F-A ein Viertel-R-Menschen, die sich eine schnellere und schmerzfreie Relassung F-A ein Viertel-R ihre Zahnprobleme beeinfiertländischen. 7. Verbesserung der Mundgesundheit Zahnkronen kann in Tatsatschlicht zur Verbesserung der Mundgesundheit beitragen. Indem sie beschadigte Z-Ani reparieren und Scha ein Viertel ziehen, helfen sie, das Risiko von weiteren Problemen wie Caries oder Infektionen zu verringern. Dara ein Viertel BER hinaus kann in Kronen dazu beitragen, die allgemeine Gesundheit des Mundes zu erhalten, indem sie die Z-Ani in einer optimalen Form und Funktion halten. Insgesamt bieten Zahnkronen eine Vielzahl von Vorteilen F-A ein Viertel-R-Menschen, die an Zahnproblemen leiden. Sie sind eine ästhetische, funktionale und langlebige Lassung, die dazu beitragen kann, die Mundgesundheit zu verbessern und das Wohlbefinden des Patienten zu steigern. Wenn sie daran interessiert sind, mehr A ein Viertel BER Zahnkronen und ihre Vorteile zu erfahren, sprechen sie mit ihrem Zahnarzt A ein Viertel BER ihre Optionen und ob Kronen die richtige Behandlung F-A ein Viertel-R sie sind. Untertitelung des Zahnarzt